Irgendwann um 1800 Robert war eine Seereise im chinesischen Meer ein Abenteuer, denn es gab Piraten. Und das hier ist Jackie Chan, der es den bösen Buben mit allen Tricks zeigen will. Bei seinen Freunden heißt er der Superfighter. Jackie Chan ist ein Superfighter, denn wo er auftaucht, gibt's Kleinholz und gebrochene Rippchen. Das machst du nicht normal, Fettbacke. Der Superfighter hat auch dicke Freunde, die ab und an mal ordentlich zulangen, an Jackie Chans Seite kämpft. Samo Hung. Jackie hat überall tatkräftige Verstärkung, die den ganzen Verein so richtig aufmischt. Rein Beulen mäßig gesehen natürlich. Jackie Chan ist nicht nur ein Superfighter. Er kann auch Rad fahren. Und wie? Halten Sie doch mal Ihre Rübe dazwischen, dann sind Sie Ihre Migräne los, garantiert. Ende der Fahnenstattung. Das ist Action. Und das ist Verwandlungskunst. Der Superfighter. Jackie Chan in seiner besten Rolle. Er haut jeden vom Sessel. Der superfighter. Wer war die Rübe dazwischen. Danke. Danke.